Ich geh kaputt. Was denn? Da ist Lutonwasser. Bestimmt da, weil das wegen dem da ist, nicht wegen uns. Ist alles schon untergegangen. Wut? Da fuck? Wo ist das Barrel hin? Was? Barrel ist despawn an der Harpune gerade. Ups. Juck mich nicht, dass du mich beißt. Ich hab mich jetzt schon dreimal gebissen und ich bin gerade mit der Hälfte von meinem Leben. Und ich war schon angefickt. Unser linker Harpune ist wieder kaputt. Na, ja, da war Sparrel dran, oder? Ja. Jetzt wissen wir vielleicht auch, was es war, letztes Mal. Ja. Got it. Ah, was war das für ein Geräusch? Oh, das... Sparrel ist wieder da. Ja, dann schnell weg damit. Man darf nicht so weit von der Source weg, oder? Ich bin so confused leider. Ja. Jetzt geht's ja wieder. Oh Mann. Ja. 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 Ja.